Aaron Rodgers gewährt tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Der amerikanische Footballstar öffnet sich in seiner neuen dreiteiligen Netflix-Dokumentation Aaron Rodgers' Enigma. Die Serie feiert am 17. Dezember Premiere und verspricht persönliche Geschichten. In einem Clip, der dem Magazin People vorliegt, spricht Aaron über die Emotionen in seiner Familie. Er berichtet, dass er sich durch den Mangel an Emotionen in seinem Elternhaus gehemmt fühlte. Aaron erinnert sich, seinen Vater Ed nur einmal weinen gesehen zu haben, als sein Großvater starb. Es gab keinen Raum für Emotionen, erzählt der Quarterback über seine Kindheit. Diese emotionale Distanz habe zu einer eingeschränkten emotionalen Intelligenz bei ihm geführt. Während einer Ayahuasca-Zeremonie fand er einen neuen Zugang zu seinen Gefühlen. Der psychedelische Trank half ihm, ein neues Verständnis von Männlichkeit zu entwickeln. Aaron betont, wie wichtig es ist, emotional zu werden und verletzlich zu sein. Er spricht davon, dass Männer das göttlich-weibliche in sich nutzen sollten, um ausgeglichen zu sein. In der Dokumentation zeigt Aaron eine verletzlichere Seite von sich. Er sagt, dass die Menschen oft ein falsches Bild von ihm haben. In solchen Situationen beginnt man, einige dieser Schichten abzubauen und tiefer zu gehen, so Aaron. Die Serie geht auch auf wichtige Ereignisse in seinem Leben ein. Dazu gehört seine Achillessehnenverletzung im Jahr 2023, die seine Saison beendete. Die Dokumentation verspricht bisher unbekannte Facetten des Footballstars zu zeigen.